Winterfest ist da, liebe Leute, wie ihr sehen könnt, und zwar in Fortnite. Ihr erhaltet jeden Tag eine Belohnung und das wollen wir uns doch mal angucken. Wir können auch hier das Video angucken, was wir jetzt nicht machen. So, Winterfest, verdiene Belohnung, indem du Winterfest-Hauptsordnung abschließt. Banner, okay. Da müsst ihr oben auf diese Winterfest-Glocke und dann die Lodge besuchen. Das machen wir jetzt mal. Willkommen, Winterfest-Lodge. So, jeden Tag könnt ihr ein Geschenk öffnen und ihr könnt es bis zum 7. Januar machen. Jetzt wollen wir nochmal ein Geschenk öffnen. Wie mache ich das? So, tostig. Beim Schuh ist auch was. Ah. Wen nicht? Du, erstmal, wenn wir... Das da, die Socke. Und öffne mal. Mal gucken, was rauskommt. Du hast eine neue Winterfest-Herausforderung freigeschaltet. Füge Gegner schaden mit einem Schneeballwerfer zu. Ah ja. Okay, das ist unsere erste Herausforderung. So, frohes Winterfest. Wähl mich. Geschenk. Gehen wir mal. Nimm mich, nimm mich. Was machen wir mal? Das da. Was ist das? Wir wählen natürlich dieses Geschenk. Schütteln. Und dann öffnen wir es mal. Gut durchgeschüttelt. Mal gucken, was rauskommt. Das ist es. Machtnutzer, die dunkle Seite macht folgen. Teil des neuen Trilogie-Sets. Rücken-Assessor. Okay. Ausrüsten, einlösen. Nochmal Geschenke. Hm. Ene, me, ne, muh. Und raus bist du. Ah, okay. Die können wir noch nicht öffnen. Die können wir erst nächsten Tag öffnen. Ich glaube, das können wir auch noch nicht öffnen. Ne. Wie gesagt, jeden Tag. Was ist das? Können wir das hier öffnen? Okay, Jess. Lecker. So, das war's mit diesem Winterfest. So, das war's.